Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben mit Trevor und zwar haben wir hier die Biker Gang The Lost MC, getötet, kaputt gemacht, however, irgendwie in irgendeiner Weise, naja, sind sie nicht mehr da in der Form, wie wir sie kennen und deswegen gehen wir direkt mal ins Gameplay zurück und ich denke mal, wir machen jetzt hier irgendwie die Chinesen, denn es gibt so ansonsten im Moment gar keiner, ja okay, das haben wir schon gekauft und wir stehen ja hier noch, ja, mehr kann man eigentlich nicht viel sagen, wir machen jetzt die Chinesen, die Chinesen sind anscheinend irgendwelche Leute, die gerne Drogen kaufen, zumindest bei uns und wir haben einen geschäftlichen Termin jetzt mit dem im Gasthaus oder wo auch immer das ist, denke ich schon. Ich habe jetzt mal mein Mikro ein wenig woanders hingestellt, auf eine andere Position und deswegen gucke ich jetzt gerade mal, wie das jetzt so läuft. Ich habe gerade ein paar Testaufnahmen gemacht, so vom Sound her, um den Soundcheck, ob das gut geht oder nicht und deswegen, ja, ich fahre gerade ein wenig falsch. Boah, ich liebe einfach dieses Auto hier, irgendwie schauen sie einfach hier. Okay, dann gehen wir mal ins Gasthaus. Was das? Trevor, you're still banned. What about these two? Whoever wins, gets banned. He's won, ban him. I have a video. I can't ban him, he's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang, now. You all speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chang is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. What the fuck is wrong with him? I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips' corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner. Make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. This is us. Chuck, we just come down to see your kitchen. You can't go here so quick enough. The Aztecs are coming, they think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Ich kann einen Farmer schnell Wir haben nicht lange. Oh, 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 Mannerschef. Es sind unsere Gastronomie, okay? Wir haben Herr Cheng und seine Hütte. Hey, Lao Tchung. Schön, dich zu treffen. Trevor, wir haben nicht lange bis hierher. Alles ist Zeit, okay? Schäuern, bitte. Komm, die Verbrauchten zu sehen. Goh, da. Schön, nicht wahr? Oh, wow. Ampel room in der Mitte. Herr Cheng, bitte, Herr, wenn du will. Der ist mal da drin, er ist so schön. Na, super. Komm, du bist. Das ist schäuert. Oh, das ist schäuert. Oh, das ist schäuert. Oh, das ist schäuert. Du gehst und hast diesen Personal gemacht. Wir haben noch nicht alle von ihnen. Wir müssen etwas machen, sie sind durch die Gäten. Geh, 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 folgert Scherger, die Schiffkopf. Oh, man, der Schiffkopf. Sie kommen in auf der Seite. Sie haben hier den Hulk-Kontingent. Wo ist der Rest von ihnen, ey? Sie haben uns hinter uns. Auf der Rückseite des Gebäudes. Jetzt werde ich dich wirklich ausverstehen. Woho. Woho. This is extremely unprofessional. Ne, wenn nahm es von ihnen wegducken. Unser Fahrrad! This is a place of business! Ich glaube das ist ... Ein, 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 ein. Ein Ort des Geschäfts. Okay, okay, wir sind gleich wieder da Ja, Trevor, lauf noch langsam mit dir Ja, das ist das Böden, ich liebe dich 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 Schau mal, sie sind gebrochen Screw die Aztecans Ja, wir holen sie jetzt raus Das hat ja super geklappt Trevor Phillip Industries Und unversehrt, okay Verschrotter, schade Missionszeit 5 Minuten 23 Nein 63% Jedenfalls klingt nicht gut Alles klar Ja, okay, dann machen wir weiter Oh, sieht aus wie die Kamera umgestellt So Machen wir weiter Aber wir können ja das machen Oder nicht Ich denke schon Dass wir da auch Noch das Fragezeichen machen Was auch immer das für ein Fragezeichen ist Ich habe keine Ahnung Nachher genau Jetzt weiß ich es auch wieder Ja 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 Das ist das Was Was Na Meine Zitze ist Wie ein Mase Warum Mase Mase Tyler Was Mase 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 Nothin', buy it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker! That's right. I said it. Creepy. Old! Motherfucker! Huh? No, come on. What, what, what? Sorry, sorry. Come on, get up. Get up. I'm sorry, man. We're sorry. Help! There's a guy with a gun! Oh, rand alle, Junge! Oh. Das wird haarig. Oh, fuck. Scheiße. Oh, Travis tot. Aber wie viele Leute da kommen, Alter. Das ist ja unfassbar, Alter. Geht ja gar nicht. Eigentlich. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. What is this, a family reunion? Oh, my God. Are you trying to get shot? You're mine now. You want redneck? Oh, I'll give you redneck. Wow. Ey, das ist ja unfassbar. Voll unfair. Ey, das ist ja schon wieder krass, Alter. Alter. Oh, God. Okay, ich hab ne Idee. Ich einfach hier hoch. Ich muss ja nur diese 1 Minute 30, oder wie viel das sind, überstehen. Genau. Genau. Oh, wer will sich noch mit mir anlegen hier? Also, irgendjemand pullein mit mir. Ich versuche zu sein, dass ich ein guter Bein bin bin, und das ist das, was ich kriege. Oh, nach 15 Sekunden und dann, äh... What is this, a family reunion? I'm in some serious shit here. Hä, bin ich tot? Fehl geschlagen? Wie viel... Hat nicht genug Ziele ausgeschaltet. Wie viel soll man denn ausschalten? Soll man alle ausschalten, oder was? Ich geh aber trotzdem nochmal. Komm, geh hoch. Ich bin eigentlich extrem schlecht darin. Honey, are you crazy? Anymore of you in-bred Hicks? You're a dead man! Ich bin der Bunker. Ich habe die Ammo. Ich bin der Bunker. Das ist dein Gott-Dann-Head. Du willst, Redneck? Ich werde dir Redneck. Du bist zu versuchen, zu werden. Sonn of afe. Wow, ey, trefft doch! What the fuck? You insult me every day in my hometown! Sehr schön. Erledige drei Gegner mit Kopfschüssen. Zwei Fahrzeuge, erledige 45 Gegner. Ja, super. Ey, und das war... Das war so eine Abmühe gerade.